Die Mafia 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 Du weißt ja nicht, wie mir Frank fehlt, Tom. Obwohl er uns verraten hat. Ich hab gern mit ihm geredet. Die Mafia Wir können nicht mehr als hoffen, dass Frank nicht mehr in die Stadt kommen wird. Aber Frank wird klug genug sein, das nicht zu machen. Und bislang läuft das alles glimpflich. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, Tommy, ein Schläger scheint angeht. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mit einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Wir erhalten von Vincenzo Hier ist das Auto hier jetzt nur wirklich das absolut nötigst. Mit einem Baseballschläger und einem kaum aufgeladenen Colt können wir hier keinen Krieg anzetteln. Ach, wir kriegen heute gar kein neues Auto von ihm. Ja, okay. Aber ich werde mal ein paar Autos aus der Abstellkammer werfen, die wir noch vom Anfang haben und garantiert auch nicht mehr fahren werden. Das sind jetzt auch keine besonderen Autos mehr. Mit der Zeit verrostet und das heißt, dass wir diese Mission mit dem Auto weitermachen werden, mit dem wir zuletzt hier in die Garage gefahren sind. Also in dem Fall den Tor, den wir aus Oak Hill haben mitgehen lassen und der sollte sich gut für die Reise anbieten. Ich meine, den haben wir ja auch von dort bezogen. Wir haben die Kassenbücher gerettet, doch der Dorn ist noch nicht glücklich mit uns. Es gibt noch immer Beweise gegen uns, die uns in den Knast bringen können und ausgerechnet der Staatsanwalt, erneut ein enger Freund von Morello, ist im Besitz dieser Dokumente. Der Staatsanwalt ist heute nicht in seinem Haus und wir haben erfahren, wo er seine wichtigen Dokumente aufbewahrt, nämlich in einem Safe in seiner Villa. Und unsere Aufgabe wird es sein, unerkannt in dieses Gebäude zu gelangen, während nicht ganz so viele Wachen wie sonst auf dem gewaltigen Geländer stehen und mit Hilfe eines Experten, den wir in der Nähe in Hoboken aufgabeln werden, an seinen Safe-Inhalt zu gelangen. Wir hatten bis jetzt noch nichts mit Salvatore zu tun, aber er wurde vom Dorn eingekauft und soll alles aufbekommen können, was ein Schloss hat. Also müssen wir ihn nur bis zum Safe schaffen und das Zeug dort herausholen und das natürlich ohne gesehen zu werden. Wir müssen natürlich trotzdem auch damit rechnen, dass nicht alle Vögel ausgeflogen sind. Nur weil uns gesagt wurde, dass der Staatsanwalt nicht persönlich hier sein wird, heißt das natürlich nicht, dass sein Haus jetzt vollkommen leer stehen wird. Das wird uns die Mission ja wirklich zu leicht machen. Von daher lasst uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass das keine gemütliche Nacht wird. Diese Autofahrt wird wahrscheinlich das entspannteste sein, was wir in dieser Nacht erleben werden. Wenn wir im Haus sind, werden wir unter Druck stehen, uns nicht entdecken zu lassen. Schlimmer, als dass wir Beweise gegen uns sammeln müssen, dürfte nur sein, dass wir noch einige weitere Beweise bei ihm liegen lassen. Wir müssen jetzt endlich reinen Tisch machen. Und wir müssen jetzt aufhören, uns von unseren Feinden verwunden zu lassen. Wir müssen ernst machen. Wir sind da. Ich fahre an und lasse den Panzerknacker einsteigen. Ich fahre an und lasse den Panzerknacker einsteigen. Unser Begleiter hat im Prinzip die richtige Einstellung für diesen Job. Nicht reden, handeln und Wachsamkeit. Wir müssen uns hier ein Vorbild an ihm nehmen. Ein wenig Skrupellosigkeit gehört dazu. Und hier werden wir ihn ergänzen. Er mag jeden Safe aufbekommen, aber wir haben die Härte, die es für so einen Auftrag benötigt. Denn wir werden die Zeugen ausschalten müssen und ihn irgendwie in das Gebäude gelangen lassen. Und deswegen hat Salieri uns den Auftrag gegeben und nicht ihm. Allein kommt er nicht weit und wir ohne ihn auch nicht. Aber den Tresor würden wir nur aufbekommen, wenn wir ihn auch sprengen. Ich habe gerade meine Gebete gesprochen. Das war jetzt wirklich Glück. Normalerweise hätte uns die Straßenbahn töten müssen. Die Dinger schrotten dein Auto in jeglicher Hinsicht. Boah, das war eine Aktion. Was diese Mission so unangenehm für uns macht, ist, dass sie zu 100% auf Schleichen ausgelegt ist. Wir haben nichts mehr als einen Baseballschläger und einen Colt, um uns um die Wachen zu kümmern. Und außerdem einen Begleiter dabei, der nichts vom Kämpfen versteht. Der uns also nicht wirklich nützlich ist, wenn es ums Eingemachte geht. Mit dem Baseballschläger können wir einen Wachmann ausschalten, wenn wir voll ausholen und ihn von hinten eins über die Rübe ziehen. Das sind die beiden Bedingungen dabei. Wenn wir allerdings einen Fehler dabei machen, wird er eben nicht sofort ausgenockt. Sprich, er fängt von den Schlägen an zu schreien und alarmiert die anderen Wachen um ihn herum. Wir müssen also mit jedem Schlag sicher sein, dass wir ihn überraschen und nicht er uns. Wir müssen nicht nur präzise sein, sondern auch die Laufwege der Wachen einstudiert haben. Denn hinzu kommt, dass wir die Leichen nicht wegtransportieren können. Wenn sie also mitten im Weg liegen, darf keine Wache zufällig über sie stolpern. Sonst haben wir ganz schnell die gesamte Villa an der Backe. Und das dürfen wir hier in dieser Mission einfach nicht riskieren. Okay, da wären wir. Wir dringen über die Hintertür in den Garten der Villa ein. Die ist natürlich zu, also darf Salvatore gleich mal beweisen, dass er das Geld wert ist. Fickst du es auf, Salvatore? Wird es versuchen, Chef. Alles klar, Chef.